Die musikalische Erbauung für den 12. April 2021. Namenstag heute für Hertha Julius Zeno. Und nebenher, der 12. April ist unter anderem Welttag der bemannten Raumfahrt. Ghost Riders in the Sky. The Highwayman. Yippie-a-yay. Yippie-a-yay-oh. Heute sind die Eisenbahnschienen nahezu überall verschweißt. Früher waren da immer so ein bis zwei Zentimeter dazwischen von einer Schiene zur nächsten. Ratatatam, ratatatam, ratatatatam, ratatatatam. Zusammen mit dem Dampfausstoß der Lokomotive, Taktgeber eigentlich a la Countrymusik. Ich mag diesen Sound. Schauen wir in den Himmel, Wolkenflug und denken uns was. Yippie aie, yippie aio. Ist gut, wirklich gut, kannst du glauben. Los, geh rein, hörst dir an und der Tag ist dein.